hallo minecraft willkommen zur neunten folge minecraft captive ich habe letztes mal hier glaube ich irgendwie noch das ist das endportal gefunden und wir waren auch schon ein bisschen hier unten und haben irgendwie mit zombies gekämpft facken facken kleines räumchen was kann man denn protection 2 jawohl das ist cool das ist wirklich cool oder was das klänge goldnuggets cookie aber wenigstens was zu essen hier also es wird noch eine hammer folge hier unten weil wir müssen ja noch beziehungsweise es wird den nächsten tag hat man hier die dem fehlwege zu machen und sobald wir ins ende geht also sollten wir uns noch ein bisschen zeit lassen für das ende aber wir müssen irgendwie mal wieder hier was irgendwie eine erweiterung schaffen weil wir hängen gerade so richtig in unserem ja gefängnis hier so in der in der blauen struktur drin und kommen nicht mehr vorwärts da war die monster falle ich weiß gar nicht was ich da als nächstes machen soll ich glaube mit eisen müssen irgendwas machen eigentlich muss man diamante fahren diamante diamante diamanten diamanten so rum ja das problem ist dass außerhalb von unserem bereich noch irgendwo ein stamm ist und deshalb das laufe auch hier nicht gespawnt ich weiß nicht was ich machen muss guck mal meine achievements rein leder oben gold apfel aber ich glaube so viel gold haben wir gar nicht essen weggeworfen mal aus dem gold nacket ja dann können wir vielleicht doch wir haben kein apfel mehr gold apfel braucht glaube ich ringsrum gold melonsahnen bräume flash strings das hat hier gerade mal ein bisschen wieder weg weil so viel zeug lederrüstung hauen wir mal da rein das sind andere stufen klar ist sie Slay haben wir einen Haufen, aber ich glaube, das ist kein Achievement, das zu brennen. Iron Ore, Eisen haben wir auch noch, das hier ist ein Ironsword, Ironsword, da warten wir noch ein bisschen, weil wenn wir zwei verbinden, dann werden die, oh, schön, Sonnenaufgang, dann werden die ja wieder neu, also wir müssen irgendwas Attackemäßiges jetzt mal machen, wo wir auch vorwärts kommen, Stone Pick Eggs, Stone Pick Eggs, ich hätte gerne eine gescheite Pick Eggs, also wir machen uns jetzt hier nochmal zwei Eisen Pick Eggs, da liegt Kohle, und dann gehen wir nochmal runter und farmen da ordentlich, so, weil wir müssen vorankommen, also bis gleich, Oh, was machen die denn da? Was machen die da? Warum, warum sind die da? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Die sind total eingesperrt, ist da eine Monsterfalle, äh, ein Monsterspawner, nö, da ist einfach nur ein Raum. Wenn das so komisch, wenn das so komisch kräuselt, dann habe ich immer Angst, dass da vielleicht wieder diese komischen Viecher rauskommen. hier geht's definitiv weiter, aber, äh, wie gesagt, wir müssen Diamanten finden. Und auf welcher Höhe sind wir denn? Und auf welcher Höhe sind wir denn? Ah, ich muss Koordinaten finden. 38. Da haben wir noch ein kleines Stück vor uns. Wieso waren die Zombies da eingesperrt? Oh, oh. Und hier geht's wieder tief nach unten. Och, das ist ja kacke. Was ist denn da unten? Da muss man gerade ein bisschen näher. Ein Haufen Skelette und Zeug. Boah, ich seh das irgendwie so schlecht. Aber da drüben scheint es vielleicht runter zu gehen. Auf der anderen Seite, da stehen zwei, zwei Creeper rum. Oh, wie soll ich denn da runter kommen? Pst. Wie soll ich denn da hin? Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Richtung. Oh, dann gucken wir mal. Weil da drüben, da wo die Creeper standen, da können wir ein bisschen weiter runter. Ich muss nur aufpassen, dass die Creeper nicht gleich hochkommen. Unser mal ein bisschen die Arschkarte. So, wir müssen hier ja noch eins höher. Minimum, machen wir zwei. Damit es passt von der Höhe mit den Stufen und bla. Und dass wir uns da nicht die ganze Zeit den Kopf stoßen. Ah, hier ist es sogar schon. Dann müssen wir uns nur einen geschickten Weg nach unten bauen. Ohne, dass die Creeper uns gleich hauen. Boah, da sind Enderman und andere Zombies. Ohne Ende. Irgendwo sind, müssen eigentlich die Creeper sein. Vielleicht sollte ich mir hier so ein... Vielleicht... Oh! Alter! Mal guck dir einfach da hinten vor. Da habe ich die eingebaut. Und deshalb sind die da jetzt plötzlich gestanden. Weiß noch nicht, ob da hinten noch irgendwas... Die haben da bestimmt auch eine Möglichkeit hochzukommen. Ich brauche mir hier mal zu. Vielleicht kann ich das so schlecht erkennen. Oh, da ist eine Riesenfläche. Ja, die haben auf jeden Fall die Möglichkeit hier hochzukommen. Was ist denn das, Alter? Das sind ja mega viele Zombies. Wie soll ich denn da runterkommen? Wahrscheinlich werde ich gleich geschubst von irgendeinem Mob und dann hat sich die Frage ganz schnell erledigt. Au! Was ist das? Iron Ore. Wir müssen da runter, aber wie? Da ja oben hängt eine Spinne. Auch interessant. Wir können da gar nicht runter. Oha! Wir können da eigentlich nur auf einem Weg runter. Und das ist glaube ich im Moment das schlechteste überhaupt. Nämlich springen. Und das können wir vergessen. Wir können da nicht runter springen. Ich muss irgendwie das nächste Achievement kriegen, aber ich habe keine Ahnung welches das sein könnte. Wenn ihr eine Idee habt, was ich als nächstes machen soll, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare, weil sonst geht es ja nicht weiter. Sonst bin ich zu doof. Und die ganze Zeit den Weg hoch und runter ist es auch über. Schöne Steinchen. Die Lava könnte man vielleicht noch irgendwann gebrauchen. Deshalb mache ich den nicht weg. Ah, da steht schon wieder einer. Oh, das Face ist ja cool. Was soll man weiter machen? Ich weiß es nicht. Was ist das nächste Achievement, was wir machen können, wo wir genug Ressourcen haben? Oder kann ich... Was ist mit diesen Blöcken hier? Muss ich... Warte mal, ich habe doch Clay oben. Könnte ich mir vorstellen, dass da verschiedener Clay reinkommt. Dann muss ich den irgendwie einfärben. Hier haben wir rot. Ich habe einfach... Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie Clay gefärbt. Wie färbt man Clay? Ähm, hier haben wir noch Clay. Erstmal so probieren. Dann so. Ach nicht. Hm. Also Leute, ich brauche... Bin auf eure Hilfe jetzt mal angewiesen. Blue Stained Clay. Okay. Das nicht. Auch nicht. Auch nicht. Und hier ist nichts mehr. Hm. Hm. Was muss ich mit den Clay Blöcken machen? Ja. Schreibt es mir in die Kommentare. Äh. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder einen Kommentar da. Und vor allem... Was muss ich mit dem Clay machen? Ich weiß es nicht. Ich bin dumm. Ich bin sowas von dumm. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Minecraft. Ja. Ja.